Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu der 50. Episode ShishaCast. Der Wahnsinn, Alex. 50 Episoden. Hammer, oder? Ja, aber erstmal einen wunderschönen guten Tag, lieber Marv. Guten Tag. Und das heißt, weil alle zwei Wochen eine Folge waren das jetzt 100 Wochen, ne? Ja, genau. Kommt ungefähr hin, würde ich sagen. Ja, so ungefähr. Wir waren keine vier Jahre. Wir haben ein bisschen länger gebraucht für die 50 Folgen, aber das Wichtige ist, wir haben 50 Folgen. Das stimmt. Und ich glaube, da kann man schon mal sagen, Alex, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch, Marv. Dankeschön. Also ich muss ja sagen, ich hätte eigentlich schon Bock, dass wir die 100 schaffen, ne? Aber in dem Zeitrahmen, wie wir die 50 gemacht haben, wären wir 2027 fertig. Aber jetzt sagen wir, wann? 2027. Haben wir schon so lange? Wir haben, die erste Folge kam Anfang Dezember 2019. Ui. Ja? Ui. Hoppala. Ja gut, also wenn du das so sagst, mit 2027, dann klingt das schon noch sehr weit weg. Vielleicht schaffen wir es ja aber auch mal ein bisschen besser dran zu bleiben. Ich hoffe es. Ja, wissen wir eigentlich. Aber ich sag mal so, selbst wenn alle Stricke reißen würden, ne? Und sagen wir mal, absolute worst case. Wir könnten beide nicht mehr Social Media machen. Ich glaube, das letzte, was ich noch beibehalten würde, wäre Podcast und ein bisschen Stream. Ja. So ab und zu bisschen streamen, Pfeife nebenbei anmachen, mit den Leuten was zocken und dann einmal alle zwei, drei, vier Wochen mit ihren Podcasts aufnehmen. Ja, Podcasts, vor allem von dieser Reichweite von, ich meine, wenn du überlegst, was wir vor vier Jahren teilweise gemacht haben oder was da noch so der Stand der Dinge war, einfach so zu wissen, was in der Zeit passiert ist. Ja, da bin ich gerade zurück nach Frankfurt gezogen. Ja. Ja, weißt du noch, die erste Podcastaufnahme war noch in meinem halbfertigen Wohnzimmer. Ja, wo wir auf die Idee kamen, ja komm, wir könnten eigentlich mal einen Podcast machen, haben da geguckt, könnte es funktionieren. Ja, wir wollten nur testen. Ja, genau. Eigentlich ist alles ready, ne? Könnten wir jetzt eigentlich auch die erste Folge aufnehmen. Ja. Aber guck mal, genau das sind diese Momente, die, glaube ich, echt mehr zählen, als man realisiert. Weil hätten wir da nicht einfach gesagt, komm, wir nehmen jetzt einfach mal auf. Wer weiß, wie lange wir beide das wieder vor uns hergeschoben hätten. Das stimmt, ja. So, und am Ende hätten wir vielleicht erst Monate später, wenn überhaupt, angefangen. Hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja komm, einfach Anfang nächsten Jahres. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Und dann hättest du wieder was und dann hab ich wieder was. Ja, warum? Dann war Corona. Dann war Corona. Dann waren die Corona-Aufnahmen. Stimmt. Stimmt. Ja, die ganze Zeit haben wir auch, boah, stimmt, als wir den ersten Cast aufgenommen haben, war noch komplett davor. Ja. Ja. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also, was sich in der Zeit alles verändert hat und wie lange das mittlerweile sich zieht, ist schon heavy. Und, ich weiß nicht, wie viele Nachrichten du kriegst, aber bei mir sind immer wieder Leute im Stream, die sagen, ja, die haben jetzt angefangen mit dem Cast. Ja, bei mir auch. So, so über die Message. Und ich überlege dann immer so, was haben wir da in den ersten Folgen eigentlich für einen Schwachsinn teilweise erzählt. Ganz ehrlich, ich will es gar nicht mehr wissen. Ich, ich, ich eigentlich auch nicht. Es reicht ja schon, wenn du mal, ich weiß, du hast immer und wieder mal wieder reingehört in ältere Folgen. Ich kann mir meine Stimme nicht geben, deswegen lasse ich das. Immer noch nicht. Doch, mittlerweile geht's, muss ich sagen. Also, ich hab mich dran gewöhnt, aber ich könnte mir jetzt keinen Podcast von mir anhören. Also, ich höre manchmal den Shisha-Cast. Ja, ich weiß, deswegen ja. Ich kann das nicht. Aber wann ich das letzte Mal so eine Folge von den ersten zehn gehört habe, keine Ahnung. Das muss auch schon einiges her sein. Ja, es reicht ja allein, wenn du mal in die Beschreibungen gehst und dann siehst, was wir für Shownotes hatten oder was wir für Themen hatten, das reicht ja teilweise schon aus, um zu überlegen, so, ach krass, was war da eigentlich los? Ja, stimmt. Das ist schon wild. Och, Digga, da ist ja auch alles mit drin, TPD, Steuererhöhung, die ganze Reise. Komplette, ja. Imagine, so mit 60 oder so, erinnerst du dich dann irgendwann dran, stimmt, wir hatten ja mal einen Podcast. Und dann hörst du den nochmal. Und dann spricht dein paarundzwanzigjähriges Ich nochmal zu dir. Und dann kannst du dir immer noch die Videoaufnahmen reinziehen. Ich glaube, wenn eine Social-Media-Plattform Bestand hat, dann YouTube. Obwohl, da sind die ersten Folgen ja gar nicht. Nee, da haben wir erst. Und dann haben wir angefangen mit Videos. Boah, das müsste 20 oder so? Ja, 15, 20, irgend sowas mit dem Dreh. Ach, schade. Ja, nee, das müsste sogar fast später gewesen sein. Aber wir haben alle Folgen auf dem NAS. Da muss ich nur zusehen, dass ich für immer diese Daten habe. Also, ich muss den NAS irgendwann so vakuummäßig einpacken und irgendwo in den Keller stellen. Und dann in 30 Jahren ist das wie eine Zeitmaschine. Wie eine Zeitkapsel. Ja, eine Zeitkapsel. Meine digitale Zeitkapsel. Ja. Ja, hat sich einiges getan. Und an alle, die alle 50 Folgen gehört haben und heute mit uns hier sind. Kuss. Dankeschön. Vielen Dank für den Support. Weil ohne euch wäre das irgendwie halb so witzig. Also ich meine, so ein bisschen machen wir es ja eh eigentlich einfach für uns. Ja, weil wir uns treffen, reden und eine Pfeife rauchen. Das ist praktisch eigentlich so die Alex- und Marv-Diaries. So ein bisschen. Schon ein bisschen, ja. Vor allem auch mit den ganzen Real-Life-Themen und so, die da immer mit drin sind. Ja, ist schon wild. Aber trotzdem, ne? An alle, die da fleißig mit dabei sind. Vielen Dank fürs Anhören. Das muss man ja euch auf jeden Fall mal lassen. Der Support beim Shisha-Cast ist ja wirklich krass. Also ich habe das Gefühl, dass von den Leuten von Social Media jetzt, ob Instagram und YouTube, ist es zwar natürlich ein kleinerer Teil, aber die sind hardcore dabei. Also Shisha-Cast-Hörer sind wirklich crazy. Ja, habe ich auch so das Gefühl. Das sind nicht so viele, also man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Also die Nische an Leuten, die Shisha raucht und daraus nur die Deutschen. Und daraus dann auch noch die Schnittmenge aus Leuten, die gerne Podcasts hören, ist halt nicht so riesig. Vor allem dann auch die Leute, die Shisha rauchen, Podcasts hören und dann noch so verrückt sind, sich einen Podcast über Shishas anzuhören. Ja, genau. Ja, die Schnittmenge aus Shisha-Verrückt und Podcasts-Hörer, ich glaube, die ist nicht allzu groß. Und wo wir gerade bei Lobeshymnen für euch sind, Dankeschön für das Feedback zu der letzten Folge oder zu den letzten beiden Folgen. Bei Episode 49 und Episode 48. 49 war ja mit dem Moritz von Mose und 48 war mit dem Eugen von der New Tobacco GmbH. Übrigens, falls ihr die noch nicht gehört habt, solltet ihr euch die auf jeden Fall noch anhören. Richtig gute Folgen geworden. Aber die beiden Folgen sind ja so gut angekommen. Oh ja. Ja, da haben wir beide auch gesagt, wir Dummköpfe. Wir hätten einfach viel früher mal Gäste mit reinnehmen sollen. Wir hatten jetzt insgesamt vier Gäste und zwei davon waren innerhalb von zwei Folgen. Ja. In den letzten beiden. Ja. Ja, ja, ja. Und das halt seit 2019. Ah ne, wir hatten sogar mehr schon mehr Gäste. Echt? Wir haben die Folge mit Flo. Ja. Wir haben die Folge mit Shisha-Mudi. Ah, stimmt. Die Sanya war noch dabei. Und wir haben die Folge im Auto mit René und Flo. Ah, stimmt. Okay. Ja, dann hatten wir dann gut, dann hatten wir insgesamt sagen wir mal fünf Gäste. Trotzdem. Aber im Schnitt wäre das jede zehnte Folge. Naja, ist trotzdem zu wenig. Ja, das ist richtig. Ich würde sagen, im Schnitt könnten wir mal gucken, dass wir in Zukunft jede dritte Folge Gäste haben. Ja. Haben wir einmal einen normalen Cast, einmal einen Special Cast und einmal einen Cast mit Gästen. Ja, genau. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Wir haben auch vor der Aufnahme noch kurz drüber geredet, wenn wir noch alles so fragen wollen. Unsere Ideen waren der Johannes von Hukain, der könnte uns da mal ein bisschen was erzählen. Dann der Esan von Aino, der könnte uns mal erzählen, wie das ist, in Deutschland Tabak zu produzieren. Und wen hatten wir noch? Wir haben noch Simulation Alex. Ja. Und vielleicht noch Aeon. Genau, Aeon, Vyro. Ja. Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, was davon würdet ihr am liebsten sehen, worum sollen wir uns als erstes kümmern. Dann schreibt er uns einfach mal an. Und übrigens, ihr könnt uns immer noch gerne die Fragen auf dem Shisha-Cast Instagram-Account stellen. Und wo wir gerade bei dem Instagram-Account sind, so wie wir das geplant hatten mit dem Gewinnspiel, war ziemlich dumm, weil wir nehmen jetzt die Folge auf, während wir noch gar nicht auslosen können, weil ihr ja noch Zeit habt. Das heißt, die Auslosung werdet ihr dann in der nächsten Folge nochmal hören, beziehungsweise ist es ja ein Voting in der Insta-Story. Also alle Leute, die dem Shisha-Cast folgen auf Instagram. Und das muss man ja auch mitzumachen. Also zumindest kennst du dann den Account, wenn du mitmachst, weil du musst ja die Nachricht dahin schicken. Dann werdet ihr das schon mitbekommen haben. Weil wir haben ja gesagt, schickt uns Bilder von eurem Lieblings-Moses-Setup. Übrigens ein paar Leute haben auch einfach, gestern kam ein Bild von Kassel. Aber nicht von Kassel, sondern von irgendjemandem anderen. Dann habe ich gesagt, naja, die Idee war schon selbst... Das Kinshot hat und dann... Ja, ihr habt gesagt Lieblings-Setup. Ja, obviously schon ein selbstgemachtes Bild. Also nicht irgendwie von irgendjemandem ein Bild klauen und uns dann schicken. Das ist auch sowas wie Urheberrecht. Was ist dieses Urheberrecht? Natürlich ein selbstgemachtes Foto. Wenn du jetzt bei deinem Kumpel bist und du stellst da ein schönes Moses-Setup zusammen und machst davon ein schönes Foto, dann ist das natürlich okay. Aber du sollst das Foto machen und nicht einfach nur von irgendeinem Insta-Blog ein Foto klauen und uns das schicken. Und wir kennen halt unsere Kollegen und dementsprechend habe ich wohl auch erkannt, dass das bei Kassel ist. Pass auf, es kommen noch Bilder von dir und mir. Alex, würde dich das noch wundern? Um ehrlich zu sein, nein. Nein. Natürlich nicht. So, also wir meinten natürlich selbstgemachte Bilder und um das Thema noch schnell abzuhaken, die Auslösung werdet ihr wahrscheinlich dann schon in der Insta-Story gesehen haben. Ansonsten werdet ihr es auch nochmal in der nächsten Shisha-Cast-Folge hören. Da ist das Ding dann schon gegessen, aber wir sagen euch in der nächsten Episode nochmal Bescheid. Jetzt können wir es noch nicht machen, weil eure Zeit läuft noch. Das heißt, heute in der heutigen Aufnahme zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keinen Gewinner. Also können wir euch den auch nicht beraten. So sieht es aus. Und vielleicht noch zum Gästethema kurz zurück. Schreibt gerne von den Vorschlägen, was wir gerade gesagt haben, rein, was ihr cool finden würdet. Aber natürlich auch eure Vorschläge. Wäre, glaube ich, mal interessant zu hören, was euch interessieren würde. Ja. Genau. Genau. Und wir beide auch immer, ne? Genau. Genau. Das ist so das So. 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 Das So vom Shisha-Cast ist ein. Genau. Genau. Und speaking of So. Setups. 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 Alex. Setups. Aber bevor wir mit den Setups rein starten, erstmal wieder kurzer Disclaimer. Der Shisha-Cast wird gesponsert von Mose. Und in diesem Sinne starte ich auch direkt mit einem Mose-Motion-Produkt rein. Und zwar habe ich die Emotion-Flashbang am Start. Unten drunter die limitierte Flogger-Meat-Bowl. Gibt es leider so nicht mehr zu kaufen. Falls da noch Fragen kommen. Gab es auch nicht zu kaufen. Ja, gab es auch nicht zu kaufen. Es gab zwei zu gewinnen. Oben drauf Cosmoball am Start. Gebaut habe ich mir, jetzt muss ich mir kurz überlegen, Shock Anans von Blackburn mit etwas Caribbean Drum von Must Age und ein bisschen Unicorn von Must Age. Oben drauf Onmohamde, drei Zauberwürfel drin. Läuft gut. Die 26er. Kopf ist derselbe, HMD ist derselbe, Kohle ist dieselbe. Tabak, ich habe keine Ahnung. Ich habe eben, als du Setup erzählt hast, habe ich schon so ein bisschen überlegt, kann ich da was rausschmecken? Bin lost. Echt? Schmeckst du nichts raus? Nee. Ach krass. Also ich habe dir Club Nika von Sibero rein mit Must Age Blackberries und ein bisschen Cranberry Shock von Blackburn. Ah wild. Nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Aber schmeckt es dir? Ja. Okay. Nichts ist lecker. Und ich habe das Ganze auf der Alpha Oro und die Oro habe ich auf der Horfrost Down Black von Cesar. Ja, zu der Oro vielleicht noch kurz. Da reden wir heute auch noch ein bisschen drüber. Ich habe auch schon ein YouTube-Video. Also wer sich da nochmal gezielt was zu der Pfeife angucken möchte, kann sich das Video nochmal reinziehen. Aber wir werden heute auch noch ein bisschen über die Oro reden. Und es ist das erste Mal, dass du die Oro geraucht hast, oder? Ich habe die jetzt einmal im Omera geraucht. Also hast du einmal im Omera geraucht und jetzt hast du sie hier nochmal gesehen. Und dann bin ich mal gespannt, was dein erster Eindruck ist und dein Take zu der Pfeife ist, weil das ist eine 500-Euro-Pfeife. Ohne Bowl. Ja. Ohne Bowl. So, und die Bowl kostet nochmal 200. Das heißt, das Set, wie das hier steht, sind irgendwie mit Kopf und HMD fast 750 Euro. Aber da kommen wir dann später nochmal in Ruhe dazu. Aber jetzt, wo wir die Setups abgeakt haben, erstmal die obligatorische Frage. Alex, wie geht es? Mir geht es gut, muss ich sagen. Direkt vorneweg, das Thema hatte ich ja schon mal mit Schichterkasten aufgemacht. Ich habe keinen Bandscheibenvorfall. Das sind doch geile Nachrichten. Ja, das sind gute Nachrichten. Also warst du jetzt beim Arzt und hast alles checken lassen? Genau, ich war beim Arzt gewesen, aber beim Orthopäden. Und habe mir das erklärt, übrigens sehr, sehr cooler Arzt, muss ich sagen, weil ich habe einen Termin gehabt, irgendwie eine halbe Stunde vor Schluss, oder vor Schließung der Praxis. Und da dachte ich schon so, okay, das wird richtiger Reinfall werden. So ganz schnell abhaken. So nach dem Motto, du hast ja noch eine halbe Stunde Zeit. Genau. Sitzt da noch eine Stunde im Wartezimmer und dann sagen sie, ach so, jetzt ist Feierabend. Genau, also mit der Mut bin ich eigentlich da reingegangen. Ich muss sagen, es ging relativ schnell, bis ich dran war. Der Arzt hat sich super viel Zeit genommen, hat mich sogar noch mal in der Praxis zum Röntgen geschickt. Ich war, glaube ich, auch eine halbe Stunde länger da, als die Praxis überhaupt offen hatte. Aber ich denke, das haben die eingeplant, oder? Die sagen wahrscheinlich so, wir machen nur bis 17 Uhr, aber arbeiten dann noch alle Leute ab und offiziell ist es wahrscheinlich dann 18 Uhr Feierabend. Ja, also 18, 30, 19 Uhr war ich dann draußen. Ja. Deswegen, aber hätte ich nicht gedacht. Deswegen, ich war eigentlich ganz happy. Ich glaube, das ist aber beim Orthopäden noch mal was anderes, als wenn du zu einem Hausarzt gehst. Das kann sein, ja. Der Hausarzt muss wahrscheinlich mehr zusehen, dass er alle Leute abhakt. Ja, und im Endeffekt, gute Nachricht, kein Bandscheibenvorfall. Aber? Aber schlechte Nachricht, der Knorpel ist abgenutzt. Was bedeutet das? Dadurch, also zwischen den Wirbeln sind diese Nervenkanäle. Und das ist bei mir bei der ersten, zwischen der ersten und der zweiten ist es, glaube ich. Fängt man unten an zu zählen oder oben? Unten, genau. Unten, okay. Genau, zwischen der ersten und der zweiten. Also fast schon steiß. Genau. Ist der Knorpel ein bisschen abgenutzt und der Raum dazwischen ist ein bisschen kleiner. Und deswegen kann es sein, dass das auf den Nerv drückt und dadurch die Schmerzen auch kommen. Und das ist jetzt so Stand der Dinge. Ich gehe jetzt mal zum MAT. Ja. Und um das nochmal alles korrekt abzuklären, dann schauen wir mal weiter. Aber gute Nachricht, kein Bandscheibenvorfall. Schmerzen sind auch schon besser geworden. Also ich trainiere ja momentan sehr viel gestützt. Ja. Also weniger freie Übungen, wo ich meinen Rücken stabilisieren muss. Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage. Was ist denn? Du warst ja immer sehr viel am Langhantelrudern und so. Genau. Er hat das komplett rausgeschmissen. Ja. Hast du da auch mit dem Arzt drüber geredet? Ich habe auch mit ihm drüber geredet. Er meinte, es ist auch die richtige Entscheidung. Er würde auch Gürtel komplett weglassen. Also ich habe ja relativ viel mit dem Gürtel noch trainiert. Einfach nur, um eine externe Stütze noch zu haben. Einfach nur, weil ich Schiss hatte, dass ich mich nochmal kaputt mache. Aber wieso lässt man die Stütze dann weg? Oder lässt man die Stütze nur in dem Fall weg, wenn man dann an die Maschinen geht? Er meinte, Stütze weglassen, dass halt die Muskulatur nicht komplett in dem Bereich weg ist. Ah, okay. Also Muskulatur trotzdem stärken. Genau. Also ich soll auch extra Training dafür machen. Also gezieltes Training. Habe ich jetzt auch mit eingebaut. Macht natürlich nicht so viel Spaß. Aber muss halt sein. Was machst du da so? Die klassischen Rückenstrecker oder was? Oder Rückenstrecker und so weiter, wo es einfach wirklich, also auf keinen Fall Kreuzheben, aber wirklich einfach nur gezielt auf den unteren Rücken. So Isolationsübungen für den ganzen Spaß. Ja. So. Bisschen mehr Bauch noch als Stabilisatoren. Also generell mehr Rumpfmuskulatur für den Support. Genau. Rumpf- und Tiefenmuskulatur. Also eigentlich genau das, was man am Anfang vom Fitnessstudio immer beigebracht wird. Genau. Und was man dann nach zwei Wochen sein lässt, weil man sich denkt, ah, wer braucht das? Braucht das keiner. Genau. So sieht's aus. Dann stehst du da. Nicht mal 30 und Knorpel-Rip. Yes. Ja, nicht ganz Rip. Es ist nur ein bisschen abgenutzt. Aber regeneriert er sich oder ist das jetzt einfach so? Das weiß ich. Das hat er gar nicht gesagt. Das wäre ja eigentlich interessant, ne? Ja, ich werde dich auch nichts mehr nochmal fragen. Aber so wie von seiner Tonlage und wie er es mir erzählt hat, hat sich das relativ positiv noch angehört. Von daher. Ja gut, also im Vergleich zum Bandscheibenvorfall ist das ja auf jeden Fall positiv. Und ich meine, wenn du regelmäßig Rückenschmerzen hattest, dann war ja leider klar, dass da irgendwas sein muss. Ja, safe. Und ey, wenn es wenigstens kein Bandscheibenvorfall ist, dann ist das schon mal gut. Dann ein bisschen mit den Übungen dagegen halten. Aber das Lustige ist, bei mir im Fitnessstudio gibt es noch einen. Der ist auch Anfang, der ist jünger als ich, der ist auch Anfang 20. Und mit dem habe ich auch ein bisschen geredet, weil der trainiert auch relativ schwer, auch so ähnlich wie ich. Er trainiert sogar noch abgefälscht als ich. Und der hatte einen Bandscheibenvorfall. Abgefälscht, der geht doch gar nicht. Perfekt, danke dir. Und der hatte mit 21 Bandscheibenvorfall. Boah, mit 21, Digga. Ja. Das ist aber auch wirklich mies. Dachte ich mir auch, ja. Und da hast du dir gedacht, ja, ciao, 100% Bandscheibenvorfall. Ja, das war mein Gedanke eigentlich. Glaube ich. Weil natürlich adaptierst du dann, hast dann Schiss. Und da dachte ich auch, ja, okay, safe Bandscheibenvorfall. Naja, toll, toll, toll. Deswegen war ich dann... Aber das ist ja dann trotzdem sowas wie eine Vorstufe vom Bandscheibenvorfall, oder? Weil wenn der Knorpel komplett weg ist und die Bandscheiben dann aufeinander liegen und den Nerv einklemmen, das ist ja genau ein Bandscheibenvorfall, oder? Äh, ich kann dir die genaue Definition von Bandscheibenvorfall gar nicht sagen, weil ich glaube, die Bandscheibe fällt dann wirklich nach vorne weg. Also ich glaube, das ist wirklich wörtlich gemeint. Ja. Ah, Vorfall. Ja, genau. Ich dachte, es wäre so, es ist etwas vorgefallen. Nee, nee, ich glaube, die fällt wirklich so ein Stück nach vorne und dass dadurch der... Ja, gut, wenn wir Mediziner haben, wir können uns ja mal die Definition von einem Bandscheibenvorfall rüberschicken. Ja. Ja, ich arbeite auch gezielt gegen den Bandscheibenvorfall. Ich bin nämlich sau viel am Schwimmen. Ja. Und ich glaube, es gibt nichts, was man sportmäßig, ausdauersportmäßig machen kann, was weniger schädlich oder schlecht für die Gelenke, Bandscheibe und Co. ist. Gerade dann noch, normal wäre ja Brustschwimmen immer ein bisschen ungünstig, weil du ja doch in einem Hohlkreuz bist. Ja. Aber ich bin ja eigentlich nur noch am Kraulen mittlerweile. Und da liegst du ja, also dein Ziel ist ja, so flach und so hoch im Wasser zu liegen, wie geht. Also hast du ja eigentlich die ganze Bandscheibe ziemlich gerade. Ja. Zumindest ist das das Ziel. Aber klappt es mittlerweile mit dem Kraulen? Ja. Also es ist immer noch ein weiter Weg, ne? Also höchsten Respekt an Leute, die da ganz casual die ganze Zeit rumkraulen. Ich war vorgestern das letzte Mal schwimmen. Heute gehe ich vielleicht auch noch schwimmen. Und also vorgestern war wirklich krass. Da war erst Kinderschwimmen bis 17 Uhr. Und das heißt, die ganzen Cracks, ich bin um 13 Uhr, 12 Uhr bin ich ins Schwimmbad gefahren, stehe an der Kasse. Und dann sagt die, aber das Kinderschwimmen, wissen Sie? Und ich so, ja, aber doch erst um 14 Uhr, weil normal ist immer um 14 Uhr wird die Sportbahn dann zur Kinderbahn. Dann sind da drei Stunden, ist da Kili-Training. Ach, die Sportbahn wird zur Kinderbahn? Ja. Oh Gott. Ja, aber das ist zweimal die Woche für drei Stunden. Ja, okay. Also wenn du das weißt, dann gehst du halt genau zu der Zeit nicht. Und das fängt um 14 Uhr an. Und dann sehe ich halt zu, dass ich spätestens um 12 beim Schwimmen bin. Da sind wir ja zum Glück ziemlich flexibel. Und dann sehe ich einfach zu, dass ich um 12 da bin. Und dann bin ich raus, bevor die Kinder überhaupt reinkommen. Ja. So. Und deshalb war ich auch da früh genug. Und dann hat sie aber gesagt, aber das Kinderschwimmen, wissen Sie? Und ich so, ja, aber doch erst um 14 Uhr. Nee, weil Herbstferien sind. Ich so, oder wieso haben die denn schon wieder Ferien, Alter? Die hatten doch erst vor einer Woche Sommerferienende. Was ist da los? Das ist noch ein Leben, ne? Wenn du das jetzt hörst, denkst du dir, heilige Scheiße, Digga. Die haben mehr Ferien in einem Jahr, als ich jetzt in den letzten fünf Jahren an Urlaub hatte. Das ist unverschämt. Aber es sei allen gegönnt, die Ferien haben. Ganz ehrlich, in der Schulzeit hast du dir gedacht, boah, eigentlich wären schon wieder Ferien cool. Ja, safe, natürlich. Also eigentlich gedacht, das wäre viel zu lange Zwischenzeit gewesen. Aber es ist, also die Pause zwischen Sommer und Herbst und Herbst und Winter ist ja wirklich eigentlich nicht existent. Gibt's nicht. Ja. Also Osterferien hast du ja dann zum Glück in manchen Bundesländern noch. Und da ist dann nochmal ein bisschen mehr Geld zu den Sommerferien. Aber Digga, overall, mit den ganzen Feiertagen, die du hast, verlängerte Wochenenden, die du hast, mit den Osterferien, Frühlingsferien, wie auch immer das in den jeweiligen Bundesländern dann heißt, dann hast du sechs Wochen Sommerferien, du hast nochmal zwei Wochen Herbstferien, du hast nochmal zwei Wochen Weihnachtsferien. Das ist geisteskrank, Digga. Die gehen überhaupt nicht in die Schule. Das sind am Ende noch fünf Tage oder so. Wenn du Wochenende, Feiertage und Ferien abziehst, da bleibt ja nichts übrig. Ich kenne mal, dass die Wirtschaft vor die Hunde geht. Das ist eine Überraschung. Also sagst du weniger Ferien für die jungen Leute? Nein. Ich will da niemanden, Hauptsache. Von mir aus mehr Ferien für die. Aber weniger Kinderschwimmen dann. Oder nur gleich viel Kinderschwimmen, aber die können mehr Ferien haben. Das ist mir recht. Ne, ich meine, ist ja auch kein Problem. Und ich stelle mir das, also als Kind, ne. So das ganze Schwimmbad ist voll mit so geilen Obstacles. Die stellen da so Burgen rein und Matten und so. Ja, du hast da richtig Action, Digga. Ach krass. Ja, das ist richtig geil. Also als Kind hätte ich das auch übel gefeiert. Deswegen sei auch allen gegönnt. Ja, safe. Und ich gucke dann einfach, dass ich entweder noch weiter davor oder noch später danach gehe. Deswegen ist jetzt meistens Schwimmen erst nach 17 Uhr. Dann wird es zwar ein bisschen knapp mit dem Stream, aber es geht. Ja, nee, weil ich dachte, das Schwimmbad hat einfach nur dieses eine Becken mit der einen Rutsche. Und dass die dann einfach auf der Sportbahn so ein bisschen planschen, weißt du. Aber krass, dass die dann so wirklich Action machen. Das normale Kinderschwimmen ist halt wirklich Schwimmunterricht für Kinder. Ja. Deswegen ist das Schwimmbad auch zweimal die Woche komplett für Schul- und Vereinssport zu. Also an zwei Tagen die Woche kannst du gar nicht hingehen. Und an den anderen Tagen sind halt so ein paar Schwimmkurse für Kinder. Kinder und Jugendliche. Aber wie gesagt, das ist zweimal die Woche für drei Stunden ist die Sportbahn zu. Gehst einfach wann anders, alles gut. Und so war das eben auch am Dienstag. Nur dass dann eben dieses komplette Herbstferien, Kinderschwimmen, Planschburgen, Schießmichtod war. Hast du mitgemacht? Ich hab die Arschbombe vom Dreier auf die Pyramide gemacht und dann sind fünf Kinder durch die Gegend geflogen. Schön in Slow-Mo gefilmt. Ne, ich bin dann danach gegangen. Das Problem damit ist nur, dass das natürlich alle machen müssen. Und die Leute, die normal in der Zeit gekommen wären, während dieses Kinderschwimmen ist, die kommen dann alle danach. So und dann war ich auf der Sportbahn. Das ist praktisch eine Bahn, die wird dann zweigeteilt. Also hast praktisch einen Rundverkehr dann auf dieser Bahn. Dann schwimmst du auf der rechten Seite rüber und dann für dich wieder rechts, dann nochmal die linke, schwimmst du wieder zurück. Und da war ich mit fünf Leuten auf einer Bahn. Und das Problem ist, ich übe im Moment sehr viel Technik. Und dadurch bin ich relativ langsam. Also langsamer als sonst normal schaffe ich mittlerweile, also ich nehme mir mal anderthalb Stunden im Schwimmbad und schwimme dann so eine Stunde zehn ungefähr. Das reicht mir dann noch. Fünf Minuten zum Reingehen, Viertelstunde zum Rausgehen, fünf Minuten Puffer, passt. Und dann kann ich eine Stunde zehn schwimmen. Ich glaube, es kommt nicht ganz hin, oder? Was ich gerade erzählt habe. Ich habe nicht nachgerechnet. Egal. Also ich schwimme viermal darum so eine Stunde, Stunde zehn. Und normal schaffe ich da mittlerweile so 2500 bis 3000 Meter. Irgendwo so dazwischen bin ich meistens. Die 3000 habe ich noch nicht ganz geknackt. Und wenn ich jetzt so Techniktraining mache, dann bin ich irgendwo zwischen 2 und 2,5 statt 2,5 bis 3. Und an dem Tag musste ich so oft irgendwelche Leute vorbeilassen und so. Es war stressig. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe ein Schwimmbad super nah an mir. Ich fahre irgendwie drei Minuten zum Schwimmbad. Das Schwimmbad ist echt schön. Ich war jetzt einmal in Langen schwimmen, weil die eine 50-Meter-Bahn haben. Aber das Schwimmbad in Langen, Digga, du kommst dir vor wie in der Sowjetunion. Ja, wirklich. Also es ist sauhässlich, ne? Ich war noch nie da. Also ich weiß, dass das in Holzschwimmen noch ganz schön sein soll. Ja. Und ich gehe ja auch hier. Ja. So, aber das sind halt alles 25-Meter-Bahnen. Ja. Und 50-Meter-Bahnen ist schon geiler. Du musst halt halb so auf oben. Ja klar, weil du halt durchziehen kannst. Genau, kannst schöner schwimmen. Und dann dachte ich, komm, ich gucke mal, wo es eine 50-Meter-Bahn irgendwo gibt. Und bin dann von Frankfurt, ich glaube 20 Minuten nach Langen oder so. Also es ist nicht weit. 20 Minuten nach Langen gefahren. Aber das Schwimmbad ist wirklich so hässlich. Also es ist in der Stadthalle in Langen. Und die Stadthalle sieht erst total schön aus. Und dann gehst du in den Schwimmbadbereich. Und das sieht wirklich so aus, als ob da 30 Jahre nichts mehr renoviert wurde. Und auch das Becken ist super dunkel. Und das Wasser ist nicht grün. Aber es ist alles, auch unter Wasser ist es dunkel. Und ich meine, Langen ist ein Sportbad. Nicht falsch verstehen. Ich will jetzt nicht da Wellness machen beim Schwimmen. Aber halt verglichen mit dem Schwimmbad, wo ich sonst immer hingehe, wo alles schön ist und ordentlich und neu und so. Ist Langen halt schon. Du merkst halt wirklich, das ist so, das Drumherum interessiert uns nicht. Wir wollen ein 50-Meter-Becken, wo wir schwimmen können. Das ist die Mission von Langen. Und das haben sie auch abgehakt. Aber overall ist es halt schon scheiße hässlich. Kann man nicht anders sagen. Kostet allerdings weniger als mein Schwimmbad für unlimitiert Langebleiben. Und das ist geil. Also wenn ich demnächst irgendwie mal, weiß ich nicht, Ironman-Distanz schwimmen will. Hier irgendwie vier Kilometer schwimmen will. Dann werde ich auf jeden Fall wieder nach Langen gehen. Ja, das ist cool. Ja, das ist schon wirklich saugeil. Ja, also ich bin fleißig am Schwimmen. Ich bin am Swiften. Da haben sich jetzt noch zwei Jungs angeschlossen. Also Swif war dieses virtuelle Fahrradfahren auf dem Dock sozusagen daheim. Der Domi hat sich jetzt auch einen Swif geholt. Dann haben sich noch zwei, drei aus der SWG-Community einen Swif geholt. Gestern ist der Steffen mitgefahren. Aber gestern sind wir nicht so weit gefahren. Gestern sind wir eine Stunde geradelt. Für eine Radtour ist das jetzt nicht so viel. Ich glaube, wir haben irgendwie 27 Kilometer gemacht. Aber das haben wir auch in unter einer Stunde geschafft. Also war irgendwie so ein 28 kmh Schnitt oder sowas. Das ist krass. Es ist knapp 300 Höhenmeter noch dabei. Ja, das ging auch gut rein. Das eine oder andere. Es gibt immer, das nennt sich Kommen beim Fahrradfahren. Das sind immer so Abschnitte, wo du dann praktisch racen kannst. Also es ist praktisch eine kleine Zeitmessungsstrecke innerhalb deiner Route. So, und die haben wir noch mitgenommen. Und dann waren wir aber auch nach der Stunde gut bedient. Ja, das glaube ich. Ansonsten bin ich tief in der Diablo-Sucht drinne. Die Season 2 hatte extrem... Ja, Diablo 4. Habe ich ja schon die Pre-Season gezockt und auch die Season 1. Aber Season 1 waren wir alle sehr, sehr abgefuckt. Also ich spiele das mit so vier, fünf Leuten vom SWG-Discord. Und wir sind da alle relativ tief... Relativ tief? Wir sind da alle ziemlich tief drinne. Und am Ende von Season 1 waren wir aber alle abgefuckt. Weil es komplette Endgame gefehlt hat. Also da hattest du nichts, wo du irgendwie noch drauf hinarbeiten konntest. So, und jetzt in Season 2 haben die super viele Quality-of-Life-Dinger geändert. Zum Beispiel, es sind überall Truhen. Du hast mehr Platz in der Truhe. Beim Teleportieren landest du nicht vor dem Dungeon, sodass du nochmal einen Ladescreen hast. Sondern du bist direkt im Dungeon. Hast nur einen Ladescreen statt zwei. Und super viele Änderungen, die einfach dir dann nicht mehr den Spaß rauchen. Ich würde sagen, die einfach mehr Spielspaß garantieren. Ja, einfach mehr Spielfluss auch. Und das Season 2-Theme mit diesen Vampiren ist ultra geil. Die Vampir-Power sind ultra geil. Und ich bin jetzt schon fast Max-Level. Ich bin jetzt, glaube ich, 96 oder 97. Und ich kann immer noch nicht die letzten zwei Bosse legen. So, und das heißt, ich habe jetzt fast mein Max-Level erreicht. Habe aber immer noch was, wo ich drauf hinarbeiten kann. Ja, aber du bist einfach zu schlecht. Nee, es gibt einen ganz einfachen Grund. Und der Boss, den ich jetzt gerade noch legen will. Also es gibt zwei Level 100 Bosse. Das ist einmal Uber Lilith. Praktisch so der letzte essentielle Boss. Und jetzt in Season 2 neu rausgekommen ist auch noch Duriel. Und Duriel ist ein Boss, der sehr viel Gift verteilt. Und ich bin ein kleiner Rogue. Und ein Rogue ist halt sehr squishy. Und dann noch mit dem Damage over Time durch dieses Gift. Also ich muss jetzt gezielt noch Equipment finden mit Giftresistenz, damit ich eine Chance gegen Duriel habe. Und dann musst du immer erst die anderen Bosse machen, damit du die Items farmst. Und dann kannst du Duriel einmal machen. Und dann muss ich halt immer, schaffe ich es jetzt, schaffe ich es nicht. Bis jetzt leider schaffe ich es nicht. Ja, wenn wir gerade schon beim Zocken sind. Ich habe auch so einen kleinen Struggle. Ich habe das auch auf Instagram geteilt und da eine riesige Grundsatzdiskussion ausgelöst. Ich habe richtig Bock wieder auf eine Konsole. Habe ich gesehen, die Story, ja. Aber warum? Weil ich habe ja früher extrem viel COD gezockt. Und das COD, wo ich am meisten rein... Sag mir nicht, dass du mit in MW3 gehst. Das COD, wo ich am meisten Zeit reingesteckt habe, war... Hier steht die PlayStation 5 vom Hassi. Nimm doch einfach die mit. Ja, mache ich. Okay. Das COD, wo ich am meisten reingesteckt habe, war halt MW3 von früher. Und jetzt habe ich gesehen, MW3 kommt raus. Und ich habe mir ein paar Gameplays angeschaut. Aber du verstehst, dass das nichts mit MW3 zu tun hat. Ja, ich verstehe. Aber ich habe mir dann... Dadurch kam so diese Idee erst mal wieder auf. Habe mir dann ein paar Gameplays angeschaut. Habe mir so ein paar Meinungen angehört. Hast dir viel meine Streams zu der Beta angeguckt. Ja. Und ich habe richtig Bock bekommen, einfach mal wieder richtig harten COD reinzusuchten. Und ich bin einfach kein PC-Spieler. Das heißt, ich will auf jeden Fall eine Konsole haben. Und dann war erstmal natürlich die Frage, Xbox oder PlayStation. Und der größte Struggle ist eigentlich, MW3 kommt am 10. November raus. Black Friday, wo man wahrscheinlich eine Konsole besser kriegen könnte, ist, glaube ich, am 24. Aber dann verlierst du ja zwei Wochen. Genau. Und deswegen will ich eigentlich auch nicht auf den Black Friday warten. Jetzt ist die Frage... Vielleicht kannst du schon einen Halloween-Sale mitnehmen oder so. Ich hoffe es, ja. Ich hoffe, dass da jetzt die Tage was... Es gibt jetzt gerade ein Angebot bei Mediamarkt. Ich glaube 19%. Ich glaube, Konsole mit Controller für 460. Play sie. PlayStation, ja. Also ich bin momentan eher richtig im PlayStation. Ich hatte zwar früher eine Xbox. Habe da noch alte Spiele. Werde ich die alten Spiele spielen? Weiß ich nicht. Also wenn du COD zocken willst, würde ich dir auch zu PlayStation raten. Ich meine, Activision Blizzard wurde jetzt gekauft von Microsoft. Das heißt, man weiß, oder ich weiß zumindest gerade nicht, wie lange noch diese Exklusiv-Deals mit Sony gehen. Aber normal wird PlayStation immer bevorzugt, was COD angeht. Ist jetzt die Frage, wie lange das noch so geht, wenn Microsoft... Natürlich. Xbox gehört Microsoft. Microsoft gehört jetzt praktisch das ganze Unternehmen, das COD herstellt. Könnte auch sein, dass das in Zukunft genau andersrum wird. Klar, aber... Weiß man nicht. Das Ding ist, ich habe mir so einfach ein paar Reviews angeguckt, PlayStation, Xbox... Weißt du, was ich machen würde? Was würdest du machen? Ich würde einfach überlegen, wie viele von deinen Freunden welche Konsole haben und würde die nachkaufen. Ganz stumpf. Damit du mit denen in eine Party kannst. Ja, stimmt. Überleg dir, mit wem du tendenziell am meisten spielst. Geht eigentlich Crossplay? Ah, okay. Aber du hast ja das Problem mit Partyfeaturen, ne? Stimmt, ja. Also wenn wir dann zum Beispiel zocken würden, bei der Xbox gibt es zum Beispiel Discord. Kannst du einfach auf den Discord kommen, könnten wir zusammen zocken. Über Crossplay kein Problem. Ansonsten müsstest du irgendwie gucken, dass du mit Kopfhörern am Handy in Discord kommst. Das Handy, ja genau. Dann brauchst du aber irgendwo noch deinen Gamesound und stressig. Ich würde wahrscheinlich einfach gucken, wie viele von meinen Freunden haben welche Konsole und wo gehe ich hin. Zusammen spielen ist kein Problem. Ist Crossplay. Aber halt in eine Party gehen. Das könnte ein Problem werden. Ja, aber das ist auf jeden Fall der Stand. Also ich habe auf jeden Fall Bock wieder auf ein bisschen COD und werde mir da sehr wahrscheinlich auch eine Konsole für zulegen. Geil. Ja, da sehe ich uns doch in der einen oder anderen Runde MW3. Wurde sich jeder ein schönes Köpfchen, dann anderthalb Stunden grinden, nächstes Köpfchen und so weiter. Ich bin gespannt, wie schlecht ich sein werde. Hast du, aber du hast noch keine Runde selbst gespielt in der Beta? Nee, noch gar nichts. Also das letzte, was ich gespielt habe, war glaube ich Black Ops 2 auf der Xbox. Ja. Also ich habe ja sogar extra, den hast du gefragt, ob er mir seine Playstation 5 ausleiht. Ach, deswegen steht die hier. Ja. Weil vor vorletztes Wochenende war die Playstation exklusive Beta. Da haben wir Samstag, Sonntag, Montag gezockt, weil wir es nicht auf der Playstation vorbestellen wollen, weil wir beide auf dem PC spielen. Und dann habe ich es auch vorbestellt, weil ich mir gesagt habe, ich werde sowieso spielen. Also kann ich es mir auch vorbestellen und kann auch zwei Tage Beta mehr mitnehmen. Und dann habe ich es nochmal, vier Tage, fünf Tage am PC gespielt. Und im Vergleich zu MW 2 ist es um Welten geiler. Movement ist zurück, das Gun-Gefühl fühlt sich tausendmal besser an, die Time to Kill ist viel, viel angenehmer. Also wenn dir jetzt einen Noob in den Rücken schießt, kannst du wirklich Turn-on und kannst den noch killen. Ja, das war auch das, was ich so ein bisschen mitgenommen habe, wo ich dann dachte, das hört sich eigentlich alles sehr, sehr cool an. Und auch so, dass man mal wieder wirklich Spaß am COD haben könnte. Ja. Kritik wäre, die Spawn sind noch absoluter Schmutz. Aber es kam auch noch nie ein COD raus, wo die Spawns am Anfang nicht Schmutz waren. Von daher juckt das eigentlich nicht. Also da gehe ich stark davon aus, dass die das noch fixen. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, also es sind ja die alten MW 2 Maps. Ja. Weil eigentlich sollte ja gar nicht MW 3 kommen. Eigentlich sollte MW 2 ein Jahr länger gehen. Und deswegen kommt jetzt MW 3, weil MW 2 so scheiße lief. Und da kommen jetzt aber noch die Maps, die eigentlich noch für MW 2 geplant waren. Ja, das habe ich auch nicht gecheckt, weil ich habe dann mir den Gameplay angeguckt und dachte, das ist doch ein MW 2 Map. Das ist doch... Ja, das ist genau der Grund. Die hatten eigentlich vor, dieses Jahr keinen vollen Titel COD zu releasen, sondern nur ein DLC. Okay. Und weil MW 2 aber so schlecht abgeschnitten hat von den Spielerzahlen, haben die gesagt, nee, dann müssen wir das trotzdem irgendwie neu verpacken und neu verkaufen. Aber die Änderungen sprechen auch dafür. Also ich meine, allein das Movement, Time to Kill und Gun-Gefühl und alles so viel besser ist, es ist auch ein neues COD. Aber hat es einen Grund, warum MW 2 so schlecht lief? Ja, Movement wurde komplett genervt. Die Time to Kill war super niedrig. Du hattest, wenn du Multiplayer gezockt hast, gab es eine Regel. Wer zuerst den Gegner sieht, hat gewonnen. Okay. Es hatte nichts mehr mit Skill zu tun. Du konntest über Movement kein Skill aufbauen. Du konntest über Genauigkeit beim Schießen keine Skill Gap aufbauen. Die Skill Gap wurde immer weiter runtergedrückt, sodass die ganzen Noobs nicht mehr so aufs Maul bekommen. Okay. Und Skill-Based Matchmaking ist natürlich immer noch drin, fühlt sich aber weniger schlimm bei MW 3 an als bei MW 2, weil du halt eine Skill Gap wieder hast. Ja. So, du hast nicht das Gefühl, naja, ist eigentlich egal, wie gut oder schlecht ich bin. Ich komme immer in eine ausgeglichene Lobby und wenn ich den zuerst sehe, dann kann ich ihn killen bei zwei Kugeln in seinen Rücken und der ist weg. Ja. So, jetzt brauchst du teilweise vier, fünf Kugeln, je nachdem, wo du triffst. Und das heißt, wenn halt jemand scheiße von hinten auf dich schießt, kannst du dich noch umdrehen und den killen. Okay. So wie das meiner Meinung nach bei einem COD so sein soll. Ja, eigentlich schon. Jeder kennt das früher, ist in den Raum reingelaufen, irgendein Noob-Camper sitzt in der Ecke, du drehst dich um, schießt ihn im Kopf und er ist weg. Ja. So, und bei MW 2 ging das halt nicht. Okay. Wenn sich irgendjemand in die Ecke gesetzt hat, hat er dich gekriegt. Weil du nicht die Reaktionszeit hattest, dich umzudrehen und noch auf ihn zu schießen, warst schon tot. Dann hast du halt keinen Spielspaß noch. Nee. Das ist halt, ja, okay. Und deswegen kam MW 2 so scheiße an. Und deshalb bin ich auch so hyped auf MW 3. Ja, ich sehe uns schon ein bisschen zocken. Ja, also ich, ich habe den Release schon in meinen Kalender eingetragen. Ich werde da auf jeden Fall instant reingehen. Kannst du Gift drauf nehmen, dass ich am ersten Tag, wo MW 3 rauskommt, zehn Stunden auf Twitch bin. Safe. Safe. Also wenn mir nicht irgendwas Schlimmes passiert, bin ich da so ziemlich den ganzen Tag on. Ja, ich sehe mich da auch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch gesagt, eigentlich ist es dumm, nicht auf Black Friday zu warten, aber ich glaube, dafür ist der Hype zu groß, direkt bei Release spielen zu wollen, als dann zwei Wochen halt. Ich verstehe es komplett. Ist wirklich dumm? Ja. Ich würde es genauso machen. Ja, ich würde es auch nicht verpassen wollen. Ja. Deswegen habe ich auch vorbestellt und habe noch die zwei Tage in der Beta mitgenommen. Ja, klar. Und für eine Beta war das schon wirklich saugeil. Also ich hatte mal wieder sehr viel Spaß. Und für mich ist es anders wie bei dir. Ich hatte MW 2 sogar noch mehr gespielt als MW 3. Das alte meinst du jetzt, ne? Ja, das alte, das allererste. Ja. Also es gab ja, es gab ja, früher gab es COD 4, das war Modern Warfare. Ja. Dann kam 5, das war World at War. Dann kam 6, das war MW 2. Dann kam ja später nochmal das, ne, dann kam das Multiplayer Remake von 4, Multiplayer Remake von, also von MW 1, Multiplayer Remake von MW 2. Dann kam 2019 nochmal das Modern Warfare. Das hieß genauso, war aber ein komplett anderes Spiel. und dann kam jetzt nochmal das neue, neue MW 2. Ja. Und jetzt kommt das neue, neue MW 3. Okay. Ja. Also was die Namen angeht, Digga, get your shit together, das ist ja wirklich eine shit show. Super lost. Ja, wie, ich bin, ich bin ausgestiegen nach Black Ops 2, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich habe, ich habe mir eins oder zwei Runden Ghosts kam, glaube ich, danach, habe ich mir mal angetan, habe ich aber, wie so, eins, zwei Runden dann ausgemacht, weil, ne. Ja, Ghosts war auch, glaube ich, eines der schlechtesten so. ein paar Leute gab es, die es ganz gut fanden, aber ich glaube, es sind tendenziell sehr wenige. Ne, also ich habe actually Hoffnung. Ich hoffe, es wird gut, weil ich meine, es hört sich super dumm an, aber dafür hole ich mir einen Effekt, der größte Punkt ist, dass ich mir deswegen eine Konsole hole. Ja. Deswegen, es muss gut werden. Ne, also wenn man mal wieder in ein COD reingucken will, wenn man früher gespielt hat und jetzt lange nicht, dann würde ich sagen, ist MW 3 genau das Richtige, um mal wieder reinzustarten und mal wieder reinzugucken. So, aber falls du nicht noch was zu Real-Life-Themen hast, ich glaube, wir haben viel über Real-Life gerade geredet. Ich kann auch sagen, dass ich auf einem Konzert war. Ach, Shindy, ne? Ich war auf zwei Konzerte. Perfekt. Einmal auf einem Shindy-Konzert, das war ganz cool und auf einem NF-Konzert. Was ist denn NF? NF ist ein... Ich kenne nur DNF, das ist Did Not Finish. Ne, das ist ein US-amerikanischer Rapper und dann, der ging, der war das letzte Mal, glaube ich, vor drei Jahren in Deutschland und hat mir meine Freundin zum Geburtstag geschenkt. Höre ich sehr, sehr gerne und es war auch ein sehr, sehr geiles Konzert, muss ich sagen. Also hat richtig Spaß gemacht. War in der Festhalle Frankfurt. Fand ich sogar fast zu klein, also es war wirklich sehr, sehr voll. Haben zwar noch Glück gehabt mit den Plätzen, mit den Plätzen, muss ich ehrlich sagen. Ähm... Nee, warte, Fest... Festhalle war schön, die Jahrhunderthalle war NF. So rum war es. Ich glaube, ich war noch nie in der Jahrhunderthalle auf einem Konzert. Ja, ich war davor auch noch nicht in der Jahrhunderthalle. Ich war sonst immer, wenn dann überhaupt, in der Festhalle gewesen. Ja, genau. Und da, da muss ich sagen, fand ich ein bisschen kleiner. Es war wirklich sehr, sehr voll, aber hat extrem Spaß gemacht. Also war wirklich ein sehr, sehr geiles Konzert. Stark. Und Shindy? Shindy war auch cool, muss ich sagen. Wir waren im Oberrang gewesen. Da muss ich... Sitzplätze oder was? Ja, genau. Es waren dann Sitzplätze. Schmutz. Also wirklich, wer zu Rap, Hip-Hop, Rock oder irgendwas in die Rockrichtung Sitzplätze, das ist doch lame as fuck, oder? Ja, wir waren da mit einer Gruppe gewesen, wo wir dann halt oben auf die Sitzränge gegangen sind und oben war, muss ich sagen, war der Sound auch ein bisschen schlechter als unten, weil wir waren hinterher mal kurz unten gewesen. Unten in der Crowd war der Sound auf jeden Fall besser. Dadurch, dass die Lautsprecher halt wirklich nach vorne gerichtet waren, fand ich natürlich, ist es natürlich ein bisschen schade gelöst, vor allem für die anderen auch, die halt oben sitzen. Aber ansonsten... Keiner oben sitzt. Ja. Aber ansonsten Shindy muss ich sagen, ich fand halt, fand Shindy seine alten Sachen und Weiten besser. Ja. Und deswegen war ich auch sehr happy, dass er ein paar alte Sachen gespielt hat. Das fand ich sehr, sehr cool. Was sind denn so die krassesten Lieder von Shindy, die man kennt? Mir fällt jetzt gar keins ein. Panamera Flow ist, glaube ich, so eins der bekanntesten. Sagen wir so gar nichts. Ich werde es jetzt hier nicht vorwappen. Doch, mach mal. Nee, auf gar keinen Fall. Vom Live-Rap von Alex. Hat aber wirklich eine schöne Mischung gespielt aus neuen Songs, alten Songs. Das war auch cool auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich gehe ja eigentlich nur auf Rock, Metal und alles dazwischen, Konzerte. Weil irgendwie, also, ich kann mir das nicht vorstellen, auf ein Konzert zu gehen. Dann setze ich mich da oben hin und ich höre einfach und ich gucke zu. Und das ist auch genau der Grund, warum ich nur so Rock-Konzerte mag. Ich muss da in irgendein Moshpit rein, Digga. Nee, im Ernst. Also, auf Konzerten bin ich auch immer so, ich hoffe, ich muss nicht fahren, damit ich mir zwei, drei Bierchen reinballern kann und dann springe ich da in irgendein scheiß Moshpit rein. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dieser Körper wurde auch gemacht für Moshpits, Alex. Während sich alle irgendwie Kopf an Kopf dotzen, kommen die Köpfe bei mir höchstens an die Schulter. Ja, es ist so. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, so gerade nach der Experience von beiden Konzerten jetzt im Nachhinein, würde ich auch jedes Mal wieder eher in die Crowd im Stehen vorne reingehen, als mich hinzusetzen mit dem Konzert. War aber, ich glaube, in dem Moment, wie das schon die Konzerte war, war es eigentlich ganz cool. So mit den Leuten und so weiter. Aber dadurch, dass wir bei dem NF-Konzert nur zu zweit waren, dann nebeneinander standen, das war schon sehr, sehr nice. Ja gut, wenn du mit sehr vielen Leuten bist, dann verlierst du dich halt irgendwann. Kannst du nichts machen. Aber, also, die letzten Konzerte, auf denen ich war, waren Rise Against und Billy Talent. Und da war ich bei beiden mit Phil und die waren noch, wir waren freitags bei Rise Against und am nächsten Freitag waren wir bei Billy Talent. Beides in der Festhalle in Frankfurt. Und das war schon übel nice. Ich muss eigentlich auch mal wieder gucken, ob irgendwas Cooles kommt in der Festhalle. Hätte ich wieder Bock. Ich glaube, es war dieses Jahr. Ich glaube, es war letztes Jahr. Nee, es war dieses Jahr. War es Anfang dieses Jahr oder Ende letztes Jahr? Eins von beiden. Es kann sein. Aber es war auf jeden Fall kalt draußen. Wir haben auf jeden Fall noch im Schichterkast drüber geredet. Ja. Ja, weiß ich nicht mehr. Aber ja, irgendwie, also, oh, nächstes Jahr gehe ich zu Hans Zimmer. Ach krass. Hat mir meine Freundin geschenkt zum Geburtstag. Das ist geil. Ja. Das ist richtig geil. Dauert noch ein bisschen, ich weiß gerade gar nicht mehr, ich glaube April. Dauert noch ein bisschen, aber ich habe Tickets für Hans Zimmer live. Boah. Das wird insane. Das wird richtig geil. Das wird auch das erste Mal, dass ich auf, da könnte man sich zum Beispiel hinsetzen. das ist safe. Das ist was, wo man auch mal sitzen kann, ein bisschen genießen. Obwohl, wenn es da ein Moshpit gibt, dann renne ich da auch rein. Ganz einfach. Ich würde jetzt erst mal eher mal sagen, dass das nicht passieren wird. Schade. Ich starte den einfach. Ich starte den. Aber ich glaube, das könnte richtig heiß sein. Wall of Death bei Hans Zimmer. Aber imagine, imagine, die gehen so drauf ein und spielen dann irgend so ein Epic-Theme dazu. Erst geht so alles auseinander und dann rennst du ineinander und dann eskaliert das komplette Orchester. Das ist ja wild. Ich sehe dich schon im Moshpit. Ja. Das ist immer. Ja. Ich mich auch. Ich werde berichten, aber dauert noch ein bisschen. So, hast du sonst noch was auf dem Herzen? Ne, ich glaube nicht. Bist du sicher? Nee, bin ich nicht, aber das habe ich gemerkt. Ich glaube nicht. Ich glaube ansonsten, also ich, sonst glaube ich nicht so viel passiert. Ja. Ich kann noch erzählen, dass bei mir am Wochenende ein Trip nach Hamburg ansteht. Da bin ich halb drauf. Also, na gut, also wenn ihr das jetzt hört, dann war ich halt schon in Hamburg. Aber da bin ich auf jeden Fall noch halb drauf. Ich will mit der Freundin so eine Therme testen und noch ein paar andere Sachen vor. Ja, das heißt Wochenendtrip in die Hamburg-Area. Das hört sich doch sehr entspannt an. Ja, ich denke auch. Nochmal die Eltern von der Freundin besuchen, Abendessen gehen und so. Ja, wird denke ich cool. Dann lass uns doch mal zum Shisha-Thema kommen. Ja. Bevor unsere Köpfe hier direkt komplett durch sind. Könnten wir langsamer machen. Und könnten wir langsamer machen. Das ist auch wirklich der perfekte Ausdruck. Wir müssen noch über die Hintertabak reden. Ja. Da sind uns jetzt die Gastfolgen halt ein bisschen dazwischen gekommen. Das war auch einfach richtig los, dass wir nicht mal eine Folge dazwischen geschoben haben. Wir hätten ganz easy, die Folge mit Moritz hatte zum Beispiel keinen Zeitdruck. Nein. Die hätten wir auch einfach jetzt bringen können als 50. Folge und die 49. Folge hätte diese Folge sein können. Ja. Vom Prinzip. Gut, aber egal. Die Hintertabak im September war die. Beton's doch nicht noch. Die war gerade erst. Vor kurzem waren wir auf der Hintertabak in Dortmund. Wir waren unterschiedlich. Ich war Donnerstag, Freitag und du warst Freitag, Samstag. Das heißt, wir haben aber alle Tage zusammen abgedeckt von der Hintertabak. Absolut hervorragend. Erstmal vorneweg, falls ihr euch jetzt fragt, was, da war eine Shisha-Messe in Dortmund, warum habe ich das nicht mitgekriegt? Ich wäre auch gekommen. Geht nicht. Die Hintertabak ist wirklich eine B2B-Messe. Also da kommst du nur rein, wenn du ein Gewerbe hast und das reicht auch nicht, wenn dein Bruder eine Waschstraße hat oder dein Onkel hat einen Elektrobetrieb. Das muss wirklich was mit Tabak zu tun haben, ansonsten kommst du da nicht rein. Und das ist wirklich eine Fachmesse Tabak. Das heißt, das sind acht Hallen und eine Halle davon ist Shisha. Ja. So und ein paar sind noch in Halle 7. Halle 8 ist Shisha, Halle 7 waren noch so zwei, drei Shisha-Stände. Die beiden Vapes sind so mäßig. Ja, genau. So und der Rest ist halt Tabakanbau, Tabakproduktion, Zigarren und Snooze und Zigaretten und ich glaube, ein bisschen Banken gibt es auch noch. Genau. Also es ist wirklich eine komplette Fachmesse für den gesamten Bereich an Tabak, nicht eine Shisha-Messe und auch nicht eine Konsumentenmesse. Genau. Und dementsprechend sind halt auch die Stände da. Da ist alles sehr entspannt. Du kannst halt auf den Stand von einem Hersteller gehen, dann kriegst du erstmal einen Kaffee, dann setzt du dich hin, dann kriegst du ein Prospekt, was du dir angucken kannst. Dann kommt mal jemand vorbei, dann kannst du mit dem ein bisschen quatschen und so. Und das ist halt für uns ziemlich geil, weil dann kann man wirklich mal mit den Herstellern von Gesicht zu, sagen wir mal das? Von Angesicht zu Angesicht? Von Angesicht zu Angesicht. Das klingt irgendwie so provozierend. Ja, auch ein bisschen hochgestochen, ja. Ja. Kannst du mit den Leuten persönlich reden. Man kann mit den Leuten persönlich sich direkt unterhalten, anstatt irgendwie zu schreiben, zu telefonieren, irgendwie Insta und dann batzt du ewig auf eine Antwort und alles und Zeug. Du kannst einfach mal direkt mit den Leuten reden, kannst fragen, was gibt's Neues, was plant ihr, was wird so kommen und so weiter. Wie läuft's bei euch? So der ganz normale Talk. Genau. Wie war so dein Eindruck von der Füllmenge im Vergleich zu den letzten Jahren? Wenig, muss ich ehrlich sagen. Also ich fand's, also Intertabak ist ja immer schon sehr entspannt, was die Leute angeht. Aber dieses Jahr, muss ich sagen, und da habe ich mir auch ein, zwei Stimmen, also habe ich so ein bisschen rausgehört, dass dieses Jahr noch mal weniger los war als die letzten Jahre. Aber was hat dir an Herstellern zum Beispiel gefehlt? Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage, muss ich ehrlich sagen. Wenn du sagst, es war wenig los, meinst du Zuschauer-mäßig? Ja, ich meine vom Zuschauer. Ja, genau. Das kann ich nachvollziehen, ja. Also da würde ich auch sagen, war es schon, ich würde schätzen, gute 30 Prozent weniger. Ja. I guess. Würde ich auch mitgehen. Ich weiß aber gar nicht mehr, ich müsste mir jetzt noch mal meine Videos angucken. Ich glaube, das erste Mal auf der Intertabak war ich 2017. Ich war 2019, glaube ich, das erste Mal. Ich glaube, ich habe sogar ein Video zur Intertabak 2017 gemacht. Du hast auf jeden Fall eins, ich weiß nicht, ob es 17 oder 18 ist. Ich habe viele. Ich glaube, ich habe zu jedem Jahr eins gemacht. Okay, ich weiß nicht, ob ich das 17 oder 18 am Kopf habe. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich bin schon ein bisschen länger auf der Intertabak, aber ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, weil das Interessante wäre ja, der Vergleich zu vor Corona. Weil egal, was du in der Shisha-Szene mit der Corona-Zeit vergleichst, das ist nicht aussagekräftig. Das war Corona, Digga. Ja. Genau, da ist eine ausgefallen auch wegen Corona. Ja, genau. Mindestens eine. Ich weiß nicht, ob es gerade zwei ausgefallen sind. Boah, wisst ihr es auch nicht genau. Aber mindestens eine ist auf jeden Fall ausgefallen. Aber die interessante Frage wäre natürlich, waren es vor Corona weniger Besucher, als es dieses Jahr war? Oder kommt es uns nur so vor, weil halt in der Corona-Zeit die Hölle los war? Ja. Immer. Überall. Egal, wo Shishas es gab. Das kann ich dir halt nicht sagen. Also vom Gefühl her würde ich sagen, es war weniger los dieses Jahr als vor Corona. Am Ende des Tages fand ich es natürlich angenehmer, weil weniger Leute ist natürlich mehr Zeit mit Leuten zu quatschen, mehr Zeit irgendwas zu probieren. Kurze Nase, putze Pause. Und da muss ich ehrlich sagen, fand ich es gar nicht mal so schlimm. Ich fand aber vor allem, was natürlich ein Punkt sein könnte, dass in der Shisha-Halle halt weniger los war als davor. Vielleicht auch deswegen, weil früher war es so, dass Shisha-Halle und Vape-Halle eigentlich immer angrenzend waren. Bzw. war eine der Vape-Hallen immer angrenzend. Und dadurch alle, die so ein bisschen im Vape-Thema drin sind, natürlich auch eher einen einfachen Draht zu Shisha haben und dann auch mal rübergeguckt haben. Dieses Jahr war es so, dass die Vape-Halle am anderen Ende der Messe war. Es gefühlte zehn Minuten gelaufen. Es ist wirklich zehn Minuten gelaufen. Es ist wirklich zehn Minuten über die Messe Dortmund gelaufen. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass deswegen auch wirklich nur die, die sich wirklich für Shisha interessieren, die Shisha-Halle auch gegangen sind. Plus die Shisha-Halle ist auch noch sehr weit vom Haupteingang weg. Ja. Also wir nehmen ja dann schon immer den Eingang, der nah an der Shisha-Halle ist. Aber der normale Eingang ist sehr weit weg davon. Ja. Ja, also Shisha auf der Intertabak war schon immer so eine kleine, ich sag mal, Randerscheinung. War ganz am Ende, Halle 8. Da haben wir so unser eigenes Süppchen gekocht mit der Shisha-Halle. Aber der Punkt, den du gesagt hast mit vorher, war die Vape-Halle nebendran. Das macht Sinn, weil jetzt war Zigarren nebendran. Genau. Und ich glaube, die Schnittmenge aus Leuten, die Zigarren und Shisha rauchen, ist sehr, sehr klein. Denke ich nämlich auch. Ja, das macht schon Sinn. Also ich muss sagen, ich hatte von der Besucheranzahl auch das Gefühl, dass es etwas weniger ist. Ich hatte aber von der Ausstelleranzahl nicht das Gefühl, dass es so viel weniger war. Aber spontan würde mir nur einfallen Stimulation? Ja. Und Stimulation war halt persönlich da. Genau. Nur nicht mit Stand. Aber du konntest trotzdem mit Stimulation reden, wenn du wolltest. Und sonst? Also ich würde mir spontan... Klar, die ein oder andere Tabakmarke hätte man sich noch gewünscht. Aber dass das für die russischen Tabakbrands schwer ist, ist klar. Gut, Eugen natürlich, aber da ist ja dann auch eine deutsche Firma. Dann ist das wieder einfacher. Aber sowas wie Darkside oder so sucht man da natürlich vergebens. Aber ich glaube, Darkside war jetzt auch insgesamt irgendwie nur 2019 und 2020 auf der Messe. Und seitdem machen die auch nichts mehr. Hast du gesehen, dass Darkside in den Showroom in Berlin auch mal... Ja, das habe ich gesehen. Wild. Gar nichts von mitbekommen. Nee, nur jetzt, dass es eröffnet ist und das Eröffnungstasting. Ja. Ah, es ist schade, dass Berlin so weit für uns ist. Ansonsten, also wenn das irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden fahrt, hätte ich mir auch... Ja. Aber irgendwie jetzt wieder fünf, sechs Stunden hoch nach... Und wo? Wann ist denn das? Ist das dieses Wochenende? Müsste ich mal... Achso, weil du in Hamburg bist? Ja, aber ich glaube, Hamburg, Berlin sind auch immer nochmal drei Stunden, oder? Ja. Ja. Also zwei mindestens. Ja, da werde ich wahrscheinlich nicht einfach mal rüberjetsetten können. Plus, wir haben ja auch literally keine Infos, ne? Also man weiß nicht, wie groß das ist, was passiert da. Könnte man dann da... Übermorgen. Ja, okay. Ja, muss ich mal gucken, ob ich es vielleicht auf dem Heimweg reinkriege, aber ich glaube leider nicht. Weil Zeitplan ist auch relativ straff. Ich werde wahrscheinlich Montagnacht zurückfahren, weil am Dienstag ist ja Halloween-Stream. Was machst du am Halloween-Stream? Also, es gibt einen fixen Part und es gibt einen variablen Part, bei dem ich noch nicht weiß, wie gut der durchzusetzen ist, weil ich auch einfach zu wenig Zeit zum Planen hatte. Also ich hasse ja so Horrorscheiße, ne? Ich scheiß mich da ein. Ist einfach so. Digga, wenn die Freundin da ist... Hast du auch keine Horrorfilme? Nee. Mag ich nicht. Okay. Ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Ja, der Nervenkitzel. Aber das fuckt mich ja nur ab. Ich bin ja auch kein... Ist ja nicht geil. Horrorfilme ist so, kann man mal machen, aber ist das auch nicht so, boah, ich hab jetzt richtig Bock auf einen Horrorfilm. Also wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, du hast jetzt ein Date mit einem Mädel und dann machst du einen Horrorfilm an, damit die sich vor Angst ankuscheln muss, dann ist das ein Grund, den ich verstehe, aber abgesehen davon gibt es für mich keinen Grund für Horrorfilme. Ja. Und der Hassi hat mich da in die Scheiße geritten. Warum? Weil er im Stream... Weil Hassi... Hassi ist eh ein Bastard, Digga. Digga, Hassi ist so ein Hund. Kannst du dir nicht vorstellen. Weißt du, was der gebracht hat? Er fragt im Stream, Marvin, möchtest du über die Stream-Idee, die ich dir auf dem Discord gesagt habe, reden? So. Und das Problem ist, für alle, die jetzt nicht wissen, warum das so ein Assi-Move ist, in dem Moment, wo sowas im Chat steht, springen da hundert Leute drauf und lassen nicht locker, bis ich das erzähle. Das heißt, in dem Moment, wo er das fragt, hätte er es auch einfach sagen können, weil es dasselbe ist. Unterm Strich ist es dasselbe. Und dann sagt er noch so, du hättest ja nicht drüber reden müssen, du bist ja selbst schuld. Halt deinen Mund, Junge. Du bist schuld. So. Und das heißt, der Hassi hat das in den Chat geschrieben, hatte vorher gesagt, na, sowas könnte man doch machen. Und ich so, Digga, ich hasse das, ich hasse das, ich will das nicht. So. Und dann ist der Chat natürlich drauf angesprungen. Und jetzt steht es fest, am Dienstag, dem 31. Auch das wird schon passiert sein, wenn ihr das hier hört, aber ihr habt es hoffentlich in meinen Insta-Stories mitbekommen oder den geplanten Stream auf YouTube gesehen. Jada, jada, jada. Wir werden erst gruselige Videos gucken. Ja. Dann werden wir noch Horrorspiele spielen. Ja. Und das ist der fixe Teil. Ach, das ist ja der fixe Teil. Das ist der fixe Teil. Und der geplante Teil, der maybe noch danach kommt, ist, dass wir einen spontanen Gruselsabaton im Wald machen müssen. Das heißt, Hassi und ich gehen mit einer Taschenlampe in den Wald, machen den Stream an und immer wenn jemand donatet, immer wenn jemand reinzappt, müssen wir länger im Wald bleiben. Natürlich mit irgendeiner Cap. Wir wollen jetzt nicht bis zum Sonnenaufgang im Wald sein. Wir müssen ja beide am nächsten Tag auch arbeiten. Müssen wir länger im Wald bleiben. Und wenn Bits reinkommen, müssen wir je nach Menge der Bits unsere eine Taschenlampe ausmachen und haben dann noch eine Kerze. Also ich sehe euch da, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das Problem ist, die Leute wissen nicht, was das für ein Aufwand ist, so eine Scheiße zu planen. Ich müsste erstmal überhaupt einen Wald finden, in dem ich Empfang habe. Dann muss ich mein komplettes Kamerarig mitnehmen. Das Kamerarig muss dann zu einem Server per RTMP den Stream senden. Dieser Server schickt ihn dann auf meinen Rechner, wo er dann in OBS reingeht und von OBS geht er dann ins Internet an YouTube und Twitch. So, jetzt musst du gucken, hast du Empfang? Funktioniert das mit der Kamera? Wie deckst du Audio ab? Wie deckst du Empfang ab? Wie machst du es mit der Akkukapazität? Wie machst du das mit den Bits, mit den Donations? Wie kriegst du das mit? Irgendwo musst du noch den Stream sehen, aber das Handy streamt ja dann im Stream. Also du brauchst dann eigentlich zwei Handys und das eine muss dann noch ins WLAN rein und so. Und wo drüber spielst du dann die... Dann hatten wir noch die Idee, wir machen noch Punkte, die du auf Twitch sammelst, so Kanalpunkte und die kannst du in der Regel für irgendwas einlösen. Und da haben wir gedacht, wie geil wäre das denn, wenn wir so Jumpscare-Sounds machen, die dann bei uns laut abspielen. Imagine, wir laufen durch den Wald, viele Leute subben rein, wir müssen länger im Wald bleiben, dann kommen noch Bits rein, wir müssen die Taschenlampe ausmachen, stehen mit einer Kerze irgendwo nachts an Halloween im Wald und dann kommt noch so ein scheiß Jumpscare-Sound irgendwo aus einem Lautsprecher. Ich würde mich so einscheißen. Wir haben an dem Tag, als wir das besprochen haben, haben die Jungs noch, also die Twitch, die Zuschauer im Stream, haben noch ein paar Vorschläge für Horrorspiele reingepostet, Digger, ihr habt mich schon bei den Trailern eingeschissen. Nur beim Trailer gucken habe ich mich schon eingeschissen. Ich würde nur ausgehen. Dann mach doch mit. Geht leider nicht. Leider war es vor an dem Tag. Du musst streamen gucken. Ja, ist schon verplant. Tut mir leid. Ich komme vielleicht zum Erschrecken vorbei. Junge, der halbe Chat wollte schon vorbeikommen. Ich habe gesagt, am Arsch erzähle ich euch, wo wir hingehen. Das wird keiner rausfinden. Ich werde das keinem sagen, außer am Hastie. Und wenn dann irgendjemand dasteht, weiß ich, dass der Hastie ein noch größerer Hund ist, als ich dachte. Ich werde sowas von Hastie fragen. Junge, dann sage ich es nicht mal dem Hastie, bis wir da hinfahren. Wir fahren ja dann eh aus dem Büro zusammen los. Ich sage dem einfach gar nicht, wo wir hinfahren. Dann bin ich der einzige Mensch, der es weiß. Dann kann es keiner verraten. Ja, und das Problem ist, ich komme dann halt Montagnacht aus Hamburg und muss dann am Dienstagvormittag alles vorbereiten und testen und gucken, wie viel ich noch hinbekomme bis abends. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich glaube, Horrorspiele werden auch schon sehr, sehr interessant. Also alle ein bisschen Gruselvideos gucken, Horrorspiele spielen wird auch schon gut. Ja, aber diese Kombination ist halt geil, wenn du Horrorspiele spielst und danach in den Wald. Ich will mich so einscheißen. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber ich würde mich schon freuen. Glaube ich nicht. Das ist irgendwie wirklich, Twitch ist eine Ansammlung von sadistischen People, von sadistischen Personen. Es ist das Internet. Ja, es ist das Internet. Was erwartest du? Gut, lass uns bitte dieses Halloween-Thema damit abhaken und wieder zu Shisha kommen. Also wenn ihr das hört, ich hoffe, es gab einen schönen Stream bald. Erzähl doch mal was von Must-Age. Was ist denn da los? Warum gibt es denn jetzt Must-Have, Must-Age, was ist was und warum und überhaupt? Haben wir das mit Eugen besprochen? Ich glaube nur so haben wir das nur angerissen? Angerissen, ja. Okay. Also das haben ja viele von euch gesehen. Es gibt Must-Age, also Must-H und direkt vorneweg, das ist im Endeffekt der Must-Have-Tabak nur unter Es ist der Tabak von der russischen Marke Must-Have. Genau. Also es ist der gleiche, es ist im Endeffekt der gleiche Tabak, den ihr vorher schon kanntet. Also es kommt aus der gleichen Produktion, nur was sich geändert hat, der Distributor beziehungsweise der Importeur hat sich geändert und dadurch wird es jetzt auch unter einem neuen Namen in Deutschland vertrieben. Ganz ehrlich, ich bin einfach froh, dass wir wieder Must-Have-Tabak in Deutschland haben. Ja, unterm Strich genau das. Also wir haben ja noch Must-Have-Tabak, weil Must-Have verkauft ja auch weiter unter dem Must-Have-Name. Also die deutsche Marke Must-Have verkauft auch weiter Must-Have. Soweit wir da das wussten, waren das umgepackte große Packungen, aber jetzt kommt auch eine neue Sorte. Ja, also mein letzter Stand war nämlich auch, dass das einfach die Abverkäufe von den großen Packungen abverpackt in kleine Packungen waren. Aber woher dann neue Sorte? Das verstehe ich auch nicht. Ja, also es ist auf jeden Fall wild und am Ende des Tages blickt da irgendwie keiner so richtig durch. Wahrscheinlich wissen es nur Must-Have und Must-Age selbst. Aber wie du schon eben gesagt hast, Hauptsache, wir haben da Zeug da. Genau. Und ob da Must-Have oder Must-Age draufsteht, muss ich leider ganz ehrlich sagen, ist mir scheißegal. Aber es gab natürlich ein paar Änderungen und zwar, was die Sortenauswahl angeht. Es kam wieder ein Flavor zurück. Zum Beispiel gab es ja früher noch vor TBD 2 den guten Space Flavor von Must-Have. Es gibt jetzt aber auch wieder ein Space, der heißt auch Space Flavor, ne? Von Must-Age. Also anscheinend war der doch nicht TBD 2 unkonform. Ich weiß jetzt nicht, was da los war. Da legt keiner durch, weil jetzt auf einmal ist Space Flavor TBD konform, aber Kiwi Smoothie nicht mehr TBD konform. Genau, das wäre der nächste Punkt gewesen. Ich bin froh, dass Space Flavor da ist, bin traurig, dass Kiwi Smoothie nicht mehr da ist. Sehr, Digga. Sehr. Ich glaube, das ist overall eine meiner Top 2 Must-Have Flavor. Weißt du, was ich krass fand bei Space Flavor? Ich habe diese Packung aufgemacht, habe mir einen Kopf gebaut und ich bekomme einfach bei Space Flavor mittlerweile Instant Flashbacks nach Spanien. Ja. Weil wir Space Flavor eigentlich nur noch in Spanien geraucht haben und in Spanien dann auch nur Space Flavor gefühlt. Fand ich schon wild. Aber es kamen auch ein paar neue Sorten von Must-Age. Einige sogar. Also insgesamt kamen neun und davon vier oder fünf neue. Also wir haben neue Unicorn, wir haben neue Coco-Tream. Also Unicorn ist Mais, Cereal, Süß, Cornflakes. Flüße Cornflakes. Dann haben wir Coco-Tream, das ist Coconut Shake, also so Kokosnuss. Ja, Kokosnuss Milchshake. Genau. Dann was noch noch? Caribbean Drum, also karibischer Rum, finde ich auch sehr, sehr lecker. Übel geil. Was ist noch neu? Jungle Juice. Jungle Juice, genau. Maracuja von Must-Have und holy fuck, ist der gut. Oh ja. Ich habe den gestern zusammen mit Space Flavor geraucht. Oh, mit Space Flavor habe ich den noch nicht geraucht. Richtig leckere Mischung. Geil. Vielleicht baue ich mir den Spiel dann noch im Stream. Das war sehr, sehr, sehr gut. Ja, und ich glaube, es waren vier neue. Ja, genau. Und dann haben wir Forest Berry, Space Flavor, Pinkman, Pineapple und Blarry. Genau. Ja, und das sind dann die neuen Flavor. Ja. Genau. Ja, leider 5,90 Euro. Das tut natürlich ein bisschen weh, aber gut, der Import aus Russland wird wahrscheinlich nicht ganz so easy sein. Wenn ihr wissen wollt, wie sowas abläuft, hört euch die letzte Folge, die vorletzte Folge an, Folge 48. War mit Eugen, da haben wir darüber geredet, wie das überhaupt läuft. Mit so einem Import aus Russland. Ja. Ja. Also, wie du schon gesagt hast, zusammenfassend, abschließend, wir sind einfach froh, dass Must Have wieder da ist. Endlich wieder Must Have in Deutschland. Ja. Und ob du dann Must Age oder Must Have kaufst, ist mir scheißegal. Hauptsache, ich kann Must Have kaufen. Genau. Den russischen Tabak Must Have kaufen. Und dass es jetzt noch vier weitere neue Sorten gibt, ist auch einfach nur überragend geil. Und es sind auch weitere Sorten geplant. Genau. Das ist halt auch noch eine sehr gute Neuigkeit. Die Marke Must Age. Jetzt mal abgesehen davon, was da bei Must Have passiert. Ja. Unter Must Age wurde schon angekündigt, dass da auf jeden Fall noch Sorten kommen werden. Das ist übertrieben geil. Oh ja. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ja. Also Must Have da auf jeden Fall nice. Wenn es jetzt irgendwie unter zwei Marken in Deutschland läuft, sind wir einfach froh. Da haben wir die doppelte Auswahl. Hauptsache ist da. Ja. Vielleicht gibt es da mal eine Sorte nicht bei dem, die andere hat die da. Ja. Es ist weird, aber it is what it is. Genau. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu Oro. Ja. Was ist denn dein erster? Also ich muss, vielleicht fange ich erst mal kurz an mit der Vorgeschichte. Mhm. Ich mag ja meine Alpha Hooker Modell X extrem gerne. Ja. Das war meine erste russische Pfeife, die ich mir jemals gekauft habe. Und danach hatte ich ja dann nochmal, ich habe dann irgendwann meine weiße Alpha verkauft. Das war die erste, die ich hatte, weil ich unbedingt die Stratos haben wollte. Ja. Das ist so eine 10 von 10 optisch für mich. Ich musste diese Pfeife haben. Da habe ich gesagt, es macht eigentlich keinen Sinn, zwei Alphas zu haben. Also habe ich schweren Herzens meine weiße verkauft und habe mir dann die Stratos geholt. Und die Stratos ist auch wirklich wunderschön. Die hat so, ich sage mal, ein Raumfahrt-Theme. Also die hat zum Beispiel auf dem Kohleteller ein Logo für jeden Mensch, der schon mal auf dem Mond war. Und auch auf dem Mundstück ist zum Beispiel unser Sonnensystem abgebildet. Einfach wirklich, das Design, es ist keine neue Pfeife. Es ist genau eine Alpha Modell X, die ich schon seit, weiß ich nicht, mittlerweile vier Jahren daheim habe und rauche. Das Design zieht sich ja auch bis zur Rauchsäule durch. Auf der Rauchsäule ist ja auch noch Tauchrohr. Manche Tauchrohr. Aber Rauchsäule auch. Ja, Rauchsäule auch, aber ich meine Tauchrohr. Bis sich das Design bis dahin durchzieht. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich meine, ich habe mir ja auch eine geholt, weil ich das Design einfach wunderschön fand. Es fängt schon bei der Verpackung an. Allein das Unboxing ist schon ein Erlebnis. Und gerade wenn man auch nur ein bisschen Raumfahrt interessiert ist, holt das einen, glaube ich, so geisteskrank ab. So, das heißt, Marvin, Fan von Alpha. Ja. Und dann habe ich bei Alpha die ersten Teaser-Bilder zu der neuen Pfeife gezeigt. Und man muss ja noch mal kurz dazu sagen, Alpha hat die Beat, die X, die Kappa und die S. Ja. Oder also Kappa ist Y, ne? Ja. Ja. Also die haben eigentlich ein paar Modelle, aber die S ist, slightly unterschiedlich zu X. Ist die X mit einem anderen Blowerhof. Ja, und ein bisschen anderem Rauchsäulen-Design. Aber die sind schon, also für zwei unterschiedliche, es sind schon zwei unterschiedliche Pfeifen, aber für zwei unterschiedliche Pfeifen sind die schon sehr nah aneinander. Dann hast du noch die Beat. Das war praktisch der kleine Bruder von der X. Die bin ich Fan von, muss ich ehrlich sagen. Die muss ich mir auch noch holen. Also habe ich einen zu Hause, bin ich extremer Fan von. Ja. Rauchverhalten, Design finde ich sehr, sehr cool. Ja, mit den offenliegenden Kugeln, die du beim Blowerhof siehst, finde ich auch sau nice. So, und die Kappa ist basically eine X in doppelt so groß. Also ist die Rauchsäule einmal noch gespiegelt oben drauf gesetzt. Das ist same, same in groß. Und ich glaube, die Kappa gibt es aber auch gar nicht in Deutschland. Ich glaube nicht. Ihr habt die auf jeden Fall noch nie in Deutschland gesehen. Ich glaube, ich habe auch noch keine in Deutschland gesehen. so, und das heißt, die Alpha-Modelle waren immer relativ nah beieinander. Und dann kamen die ersten Bilder zu der Oro raus. Und die sahen so geil aus. Und halt mal wirklich was komplett anderes von Alpha. Und dann war ich fucking hyped. Ich war so hyped auf diese Pfeife. Ich habe die ersten Bilder gesehen und war so, okay, ich bin in love, Digga. Ich will diese Pfeife haben. Wann kommt diese Pfeife? Habe alle Shops angeschrieben, die ich gut kenne, die gute Kontakte nach Russland haben oder halt viele russische Pfeifensachen eben da haben. Und habe gesagt, wann kriegst du die Oro? Ich will sofort eine haben. Wer die als erstes hat, ich nehme eine. Und dann hat es monatelang gedauert. Monatelang. Und dann sehe ich immer die Alpha-Stories, wie in Russland die ersten Leute ihre Oro bekommen. Dann hat der Ali eine bekommen, Ayosha, WhoCase. Und er hat auch ein Review zugemacht. Das war relativ positiv. Habe dann aber von vielen anderen Leuten gehört, die die Pfeife auch dann mal bei ihm geraucht haben, dass sie die nicht so positiv gesehen haben. Und hätte ich die nicht schon vorher reserviert, wäre ich dann wahrscheinlich abgesprungen, wenn ich den Preis gehört hätte. Wir haben es ja schon am Anfang vom Cast gesagt. 500 Euro kostet die Pfeife. Ohne Bowl. Schlauchmundstück ist dabei, aber ohne Bowl. Und das ist halt einfach zu viel für die Pfeife. Ja. Das ist einfach zu viel für die Pfeife. Also für die, die Verarbeitungsqualität ist okay. Aber wirklich nur okay. Okay reicht halt, um sie zu rauchen. Und ich habe jetzt keine Angst, dass die mir in einem Jahr auseinanderfällt oder so. Aber also bei dem einen oder anderen Gewinde, das ist also, wenn du es jetzt mit Simulation oder E.ON vergleichst, ist das meilenweit weg. Genau, das wäre nämlich auch ein Punkt gewesen. Vergleich das mal zum teuersten Pfeifen in Deutschland. Und jetzt mal abgesehen von Ja, Digga, eine Simulation Ultimate kostet ein Hunni weniger. Genau. Mit Bowl. Ja. Und dann hast du das Flaggschiff an German Engineering und German Precision und die kostet ein Hunni weniger als die Alpha. Klar, die muss nicht importiert werden, aber auch die Fertigung von der Stimulation kannst du mir nicht erzählen. Auch die Materialien von der Stimulation. vier, fünfmal so teuer. Aber ich war ja schon drinnen. Das heißt, der Zug war für mich schon abgefahren. Es war schon klar, die Alpha-Uru kommt zu mir. Ich habe die schon reserviert und musste auch durchziehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam die an. Und über meine Erfahrung damit erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Aber erstmal die Frage an dich. Du hast sie ja relativ unvoreingenommen, einfach im Omera testen können. Genau. Wie war das? Ich muss ehrlich sagen, erstmal zum Design. Ich finde es ein sehr unikes Design. Ich persönlich finde diese Grifflung an der Base und die Base an sich. Vielleicht solltest du die ganze Pfeife nochmal ein bisschen umschreiben für alle, die nur Audio hören. Ach, stimmt. Das ist ja ein Podcast. Ne, also ihr habt im Endeffekt eine relativ große Alpha. Ich weiß nicht, hast du abgemessen, wie groß die ist? Ne, kommt ja auch auf die Bowl an. Ja, aber ich meine den Stim abgemessen. Ne, aber ich würde schätzen so 50 Zentimeter. Ja, würde ich auch sagen. Habt eine relativ lange Rauchsäule dadurch, relativ schmale Rauchsäule. Habt auch eine relativ eine eckige Rauchsäule. Ja, ja, eckige Rauchsäule. Habt eine relativ flache Base mit einer Einkerbung nach innen, wo im Endeffekt so kleine strichartige Kerben drin sind, wodurch der Plow entweichen kann. Sieht aus wie eine Turbine. Genau. Ein bisschen. Das finde ich vom Design sehr, sehr schön, muss ich sagen. Überragend. Also finde ich sehr, sehr nice. Das Ganze führt auch weiter im Teller. Also im Teller sind die gleichen Kerben mit einer Einbuchtung nach innen, in der Innenseite. Außen, matt schwarz. Rauchsäule, wie man auch schon gesagt hat, eckig, relativ lange. Und oro, gold. Gold, genau, gold schwarz. Grunddesign der Pfeife, meine Meinung, ich finde die Rauchsäule persönlich nicht so schön. Also entspricht nicht so ganz dem, was ich an Pfeifen schön finde. Was ich extrem geil finde, ist Base und Teller und die Linie, die da durchgezogen wird. Und dann habe ich den Preis gehört. Und war dann sehr, sehr skeptisch, weil ich habe den Preis gehört, bevor ich sie geraucht habe. Rauchverhalten ist schon geil. Also ich habe die sehr, sehr gerne geraucht. Ist halt wirklich so, typisch russisch, würde ich fast beschreiben. Irgendwie smoother als typisch russisch, finde ich. Würdest du smoother sagen? Ja, schon. Also wenn ich das jetzt so mit McCloud, Matt Peer, Pipapo vergleiche. Ja, also ich würde sagen, ist es ein typisches Alpha-Rauchverhalten, weil Alpha allgemein ein bisschen smoother ist. Ein bisschen aufnah, ein bisschen smoother. Genau. Also das ist jetzt nicht so extrem wie in McCloud, aber schon eher in die russische Richtung. Und ich habe super gerne damit geraucht, aber ich bin ehrlich, ich würde es mir für den Preis in keinem Fall holen. Ja, es ist, also wenn die Pfeife für 250 Euro nach Deutschland gekommen wäre, hätte ich gesagt, rein da. Jeder, der die geil findet, optisch, rein da. Aber sogar für 250 Euro hätte man das ein oder andere Auge zudrücken müssen bei der Qualität. Also wenn du die zusammenschraubst, auch die Rauchsäule ist eigentlich ein Sleeve, drunter ist einfach eine Edelstahlrauchsäule, dann die zwei schwarzen Teile an der Rauchsäule sind einfach Plastik. Aber ich meine, es ist auch nur das Außenliegen, das Sleeve. Dann ist es trotzdem so, wenn du... Die Turbine an dem Teller, die ist einfach nur reingedreht und wenn sich die lockert, dann hast du so ein bisschen Klappern am Teller. Also es gibt schon viele Kanten an der Pfeife und bei 200 bis 250 Euro könnte man da wahrscheinlich drüber hinwegsehen, aber bei 500 Euro eigentlich nicht und das macht die Pfeife für mich zu einem reinen Sammlerobjekt. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, ich habe jetzt so und so viel Geld, ich will mir eine gute Pfeife holen, damit ich mit den Jungs ein bisschen rauchen kann, dann... Also du könntest nicht weiter weg von der Alpha Oro sein. Dann ist sie nix. Aber wenn jetzt jemand schon eine Beat und eine X hat und er mag die Marke Alpha sehr gerne und das Design von der Marke Alpha, dann ist das schon sehr, sehr nice. Und ich finde die Pfeife durch und durch auch die Rauchsäule wirklich wunderschön. Der Blow-Off ist geil, der kommt nämlich so schön langsam raus und nicht so mit so viel Druck. Auch sehr dicht. Schön dicht, aber ohne viel Druck, sodass das direkt irgendwie verfliegt und allein der Teller und die Base sind für mich optisch so eine 10 von 10. Ja, Teller und Base 100% wie der Rauchsäule ist für mich persönlich nicht das Master-Ding. Ja. Aber wie gesagt, also wenn du schon sagst Materialien, es ist wirklich ein Liebhaber-Ding. Safe. Wenn du wirklich sagst, okay, ich finde die Pfeife so geil und ich will jetzt nicht preis-leistungsmäßig gucken, sondern ich will wirklich einfach nur, ich will diese... Preis-leistung musst du komplett vergessen. Aber ich will diese Pfeife haben, dann von mir aus irgendwo... Also ich meine, am Ende kann es ja uns egal sein, wer die kauft und wer nicht. Also wie der Alex schon sagt, wenn jemand sagt, das ist die schönste Pfeife, die ich je gesehen habe, ich liebe Alpha, ich will die haben, ich habe das Geld, dann mach. Du musst halt wissen, worauf du dich einlässt. Ja, und wenn man über Preis-Leistung redet, dann ist die Pfeife beim ersten Abendzug raus. Ganz einfach. Ich bin trotzdem froh, dass ich sie da habe. 500 Euro tut sehr weh für die Pfeife, was du bekommst. Aber ich habe sie jetzt sehr viel geraucht, seit ich sie habe. Und overall würde ich sagen, hat es sich für mich... Also gelohnt ist halt schwer, aber ist okay. Also ich weine jetzt dem Geld nicht jeden Tag sehnsüchtig hinterher. Wie war das beim Auspacken für dich? Weil ich muss sagen, als ich mir, das war noch relativ am Anfang, habe ich mir die Doja Frankie für 350 Euro geholt. Und ich hätte davor nur die Experience, was Materialien, Verarbeitung angeht, von einer Piranha und von einer Aeon. Und da muss ich sagen, beim Auspacken war ich low-key enttäuscht, weil ich gesehen habe, Materialien, Verarbeitung und so weiter und ich überlege, dafür habe ich jetzt 350 Euro ausgegeben, was kriege ich denn bei anderen Marken für 350 Euro. Also so bin ich gar nicht an die Sache rangegangen. Ich war einfach so hyped, als ich die ausgepackt habe, dass ich sagen muss, ich hatte das typische Alpha-Gefühl. Also für eine russische Pfeife war das voll okay. Auch der Karton und die Unboxing-Experience waren schön. War alles gut verpackt und so. Es war okay. Aber ich glaube, wenn du jetzt sagst, die Frankie hast du dir geholt und musstest an Stimulation, Aeon, Piranha und Co. denken, kann ich verstehen, dass man enttäuscht ist. Gerade von der Qualität, wenn man dann das erste Mal die Teile zusammenschraubt. Ich habe actually den Molassefänger bis heute nicht aufbekommen. Oh. Der wird immer nur durchgespült, aber ich kriege den nicht auf. Das ist gut. Ja, also wie ist, muss ich sagen, ich habe gar nicht im Blick gehabt, dass man ein Molassefänger drauf ist. Ja, das ist ein Molassefänger. Als ich auch, gerade als ich ein Moera geraucht habe. Weil ich finde ja zum Beispiel das Rauchverhalten von der Plate habe ich immer damit begründet, unter anderem durch den Molassefänger. Weil das Rauchverhalten von der Plate finde ich einfach nicht so geil. Ja. Also ich finde, den merkt man hier nicht großartig. Genau, und das finde ich nämlich krass, weil das Rauchverhalten von der Auro finde ich wirklich sehr, sehr angenehm. Ich müsste mal testen, ob die dieselben Gewinde genutzt haben wie bei der X und ob ich den Kopfadapter von der X draufpacken könnte. Muss aber an sich sagen, dass das gar nicht will, weil ich mit dem Rauchverhalten so unglaublich zufrieden bin. Also ich rauche die überwiegend mit Meerloch. So ein klassisches russisches Setup, sage ich mal. Alu-HMD, Meerloch-Kopf und dann eine russische Pfeife. Und so in dem Setup gefällt die mir extrem gut. Wenn du dir ein Funnel baust, gucke ich schon, dass ich ein bisschen fluffiger baue als sonst. Ansonsten leidet der Durchzug schon sehr. Ja, aber abgesehen davon, 500 Euro, sehr viel Geld. Wenn jemand nach Preis-Leistung gucken will, dann ist es die Alpha-Oro auf jeden Fall nicht. Wenn ihr großer Alpha-Fan seid und ihr auch die Oro wunderschön findet und ihr 500 Euro überhabt, dann kann man das wohl machen. Ja. Wenn man es über hat. Ja. Wenn man es über hat. Speaking of Überham, ich glaube, wir haben keine Themen mehr über. Nee, ich glaube auch nicht. Und dementsprechend würden wir sagen, Kuss fürs Zuhören bei der 50. Folge. Denkt dran, uns zu schreiben, welche Gäste ihr gerne als erstes dabei habt. Oder haben wir jemanden vergessen, den ihr gerne als Podcast-Gast mal gerne dabei hättet? Dann schreibt uns, stellt uns gerne eure Shisha-Fragen. Wir werden jetzt die nächsten Tage das Voting vom Gewinnspiel machen. Weil wir haben ja gesagt, wir treffen eine Vorauswahl, packen es dann in eine Story. Da gibt es einen kleinen Wettbewerb. Ihr votet gegenseitig. Und dann werden wir sehen, wer das 500-Euro-Set bei Mose gewonnen hat. So sieht es aus. Kuss fürs Zuhören. Einen wunderschönen Tag. Oder eine gute Nacht. Genau, Bewertung da lassen. Egal, ob Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das Ganze hört. YouTube, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.